Wir alle haben Momente für eine große Größe und dies war meine. Wie wäre es, sag ich, wenn wir sie im Ritz der Bonbon-Gehler-Funst einstecken würden? Und dann, wenn sie ihre schmutzigen Finger reinsteckt, um sich eine Handvoll auszuleben, dann wird sie stattdessen eine stimmende, tote Maus anfassen. Die anderen vier blicken mich erstaunt an und dann, als sie das unerheuerige...